Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein 2 hier in dem Luftschiff, soweit ich mich erinnern kann, nachdem Caroline geköpft wurde Vite, Beeilung! Verdrückt, finden Sie die Steuerzentrale und geben Sie das U-Boot frei, damit wir von diesem... Was ist mit Ihrer Freundin? Tut mir leid. Schnauze, Mädchen! Seinen Arm verloren hat. Jetzt bin ich hier nach einer langen Aufnahmepause wieder da. Okay, was haben wir? Und dazu mit Schmetterangriffenboden. Und jetzt durch Küsten zerbrechen, Gegner von Norman zu greifen. Drücke Leertaste im Springen. Ja, also, Steuerung, ey. Oh. Fergus, Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. Ach. Das ist doch nix. Also, ich könnte ja mal ein bisschen passiver sein. Ähm, zum Öffnen der Luke-Werkzeug benötigt. Das bedeutet was? Was soll es noch? Ah! Man kann viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Das ist doch der Böse. Mal wieder. Die Sprüche werden nicht verfügen. Guck mal hier. Wanted. Wir werden gesucht. Mach ich das hier komisch gedreht. Ne. Okay. So, dann öffnen wir das Ding. Hä? Echt jetzt? Das sah mir jetzt nicht danach aus, als hätten wir das Beil jetzt unbedingt gebraucht, um das zu öffnen. Oh, egal. Leute mit einem Beiler schlagen, ist immer gut. Hallo? Okay. Rowletting habe ich schon öfters gemacht. Ja, guck mal an jetzt hier. Jetzt kommt das Beil zum Einsatz. Ah. Tja. Kann ich nochmal nachschlagen? Einfach was machen? Nee. So, hier geht's hoch. Caroline, hören Sie mich. Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige. Hä? Caroline ist tot. Was willst du? Josef. Guck mal hier, eine neue Waffe. Also, ich kann jetzt zwei mitnehmen, oder was? Perfekt. Okay, und ich kann mit V hab ich denn das Waffenmenü, ach so. Warte mal, jetzt müsste ich doch zwei mitnehmen können, irgendwie. Soweit ich jetzt mittlerweile mitgekriegt habe, oder was? Also mal V. Ich kann nichts anderes umstellen. Ah, das ist schade, das ist schade. Ist ja dunkel. Oh, jetzt kommen wir zu, was waren es, Offizieren oder sowas ähnliches? Die, die Alarm melden und Unterstützung fordern, die will ich einsteigen. Die, die es uns im Bootcamp beigebracht haben, zuerst den Kommandanten ausschalten. Schicken Sie die Truppen. General Engel, bitte bestätigen Sie die Anzahl feindlicher Züge auf dem Ausmerzer. Wie ist der Status und wie die Bewaffnung? Nur ein Mann. Ja, das bin ich. Zack. Dem geht's gut. Hören Sie mich! Hören Sie mich! Schein! Deswegen geht's mehr oder weniger gut. Und hier ist wieder so eine Stelle, was? Du hast mich nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Ach du Scheiße. 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 es müssten alle gewesen sein was liegt denn hier zum lesen halten mit schieß eines wartungsarbeiters okay wer will kann sich natürlich durch lesen die man posiert was ach doch das passt die haben munition munition warte mal geredet ihr noch au nichts auf mich geschossen auch einfach egal wenn man schnell durchlaufen und das mitnehmen was ich finde ach du da wird seine karte dabei und sonst kann nix sein ein nur wer das kam mir den autonatische sicherheit ich bin ich gerade eher dabei noch nach rüstung zu suchen oder so josef terror bin hier auch noch mal hat das nachteil wenn man die helme zerschießt also kopfschüsse gibt das ist ja schon schon mal hier ist doch eine leiter ich gehe mal hier die leiter lang gucken wir uns hin kopfschüsse gibt es da oben gäbe es einen eingang da oben gäbe es einen eingang das hat ja hier ich bin mir hier rein war hallo ist hier noch einer ne ok ich gehe mal hier rein so hier gibt es noch nicht das ist die neue zwischen dem stil mit m ok v aus dem menü abschützt ich habe drei waffen gut zu wissen braucht auch neue munition handgranaten abschützt auch ich schiebe nur zwei schubs noch nicht das werde ich wahrscheinlich schon früh genug rausfinden so wo geht es jetzt hin hier raus und waffen kann man hier auch wow also da ist es offen aber es gibt doch jetzt schon noch mehr wege ne es gibt nicht mehr wege ok gehen wir mal hier rein der tank sieht explosiv aus ach fuck du bist die ideen warte mal ähm zum öffnen warte zerstöre den tank mit einer granate ok das heißt ich muss jetzt wissen wie man granaten wirft warte mal hier kann ich waffen verbessern das tode handgranate warte ok anworte mal f ein neuer ausgang Achtung Explosion in Treffstofflager 3a Sicherheitspersonal im Bereich unterzüglich untersuchen wiederhole Explosion in Treffstofflager 3a Sicherheitspersonal im Bereich unterzüglich untersuchen Schick doch keine Verstärkung man hier ist nichts passiert hier ist nichts passiert fuck die haben uns auf jeden Fall komplett bemerkt ich kann schon irgendwie schleichen nein habt ihr nicht warte mal ich hoffe mal ich bin im dunkeln nicht so gut sichtbar boah da ist er mal den kann ich jetzt einschmissen zack ich hab ja nicht gesehen fuck 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 ich könnte was soll die granaten werfen Oh, fuck. Oh, fuck. Kurze Pause, Jungs. Ah. Ah. Wollen wir mal... Oh. Richtig gute Deckung gemacht, Jungs. Aber mir geht's auch gerade nicht wirklich... So gut. Bei dir geht's schlechter, Regime-Soldat. Jedenfalls in Deutsch bist du ein Regime-Soldat. In Amerika bist du was anderes. Caroline, es tut weh. Nehmen Sie mir Ihre Flügel. What the fuck? Langsam echt creepy hier. Hier kann ich Waffen aufladen. Das weiß ich mittlerweile schon. So. Jetzt muss ich gucken. Ich brauche auf jeden Fall Heal. Hoffentlich. Und ich muss jetzt echt schleichen. Okay, geht's weiter. Gibt's da noch was? Ich geh mal oben lang. Hier ist Muni. Dann bin ich mal lieber... Ganz, ganz boh. Watt mal hier. Ja, mal hier. Oh, Gott sei Dank. So ganz sachte... Oh, fuck, 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 fuck. Zack. Tja. Wer ist, wenn ich auf mich zugerannt? Hättest du vielleicht sogar überlebt. So, hier. Waffen. Ich muss vorsichtig sein. Das Spiel auf erhöhten Spiel. Ah! Auf dem... Da ist sie, die Steuerzentrale. Ähm. Ob ich da einfach so durch kann? Können wir mal testen, ne? Ja klar, einfach rein, ja. Und aus. Ja. Ja, alles klar. So eine Frage, ne? Wie kommen wir jetzt da runter? Wir sind noch zu dritt. Es sind noch drei Mann. Wir haben noch... Mrs. Verräterin und Fergus. Drehen Sie ihn auf die Seite, Herr von Batte! Sie sind auf die Seite! Wacht auf, Max! Kommt mir vor! Max, alles! Max, alles! Er ist da! Max! Max! Okay, kommt jetzt! Wir sollten schnell untertauchen! Ja, wie ist denn untertauchen? Geschafft, Herr Blazkowicz! So, Kerze. Und die Hungerbucht zurück. Die Hammerfaust ist frei. Und ich gehe zurück zu unseren Leuten. Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Ähm. Ähm, ähm, vergessen. Nimm es! Was? Ah! Bist du! Uiuiui! Ist er tot? Oh, je! Hier noch kann ich einen Ausspielen. Wer trifft mich? betrifft mich zu gut sieben prozent ich habe erst tot aber jetzt lauter sachen zu mitnehmen noch wird doch noch liebend gern vorstellung die rüstung waffen mitnehmen die mega geil sind natürlich überleben können war ich hatte hier vorne dachte ich noch was gesehen war ja nicht schon was hier ist heil hier sondern die waffen mit zack spiel es mitnehmen wird ja fallen zu lassen okay dann muss schlank okay so die kann ich eigentlich hier ging es dann ging es irgendwo hier lang hier rüber oder so wohl da ist es angezeigt dann werde ich schon sagen das ist gut Das sind keine Feinde, oder? Weg! Ich bin die Lasershow, Jungs. Wir müssen erstmal durchkommen. Ich bin abgelenkt mit Looten, Mann. Ich traue mich ganz einfach auf den Boden zu gucken. Hallo? Rechts. Okay, hier geht es weiter. Ausmerztür öffnen und nochmal Rüstung mitnehmen. Das bedeutet, hier passiert was. Ich kann mich nur schleichen. Ich kann schleichen. Das würde ich auf jeden Fall eigentlich schmissen wollen. Ach. Das ist Wolfenstein. Schleichen. Was ist das für Anfänger? Oh. Hinten. Fuck! Uh, jetzt ist ein Leiter. Stirb! Oh, fuck. Das Teil muss ich irgendwo aufladen. Zack! Ach, aufladen. Das ist wahrscheinlich für eine kurze Pause. Du brauchst gar nichts. X, schweig! Pfeil werfen. Das ist wahrscheinlich für eine kurze Pause. Was? Okay. Kannst du wissen? Das ist immer einer. Von oben, oder? Der hat es ziemlich aufgeräumt. Ich glaube nicht, dass das hier oben schon alles war. Nee, schon da hinten. Nee, noch welche. So, ja. Guten, guten, guten. Uh. Hätte sich das Problem auch gelöst, das Junge. Noch einer? Lass das Ding erstmal nochmal fallen. Einfach bloß, weil das so träge ist. So, hier mitnehmen. Der hat hier so eine Karte. Ähm, so. Noch was? Hier unten? Hier unten war was. Ich hab grad irgendein Symbol angezeigt. Ach, egal. Komm weiter. So. Hier. Nächste Ausmerztür. Warum weiß ich nicht. Ausmerztür. Uh. Oh, lecker, lecker, lecker. Fuck, ich hätte so ein Ding mitnehmen sollen. Der hat mich gekillt. ich hätte mitnehmen müssen nein okay aber schon gesagt na tot leider gottes damit endet auch die folge von wolfstein 2 wenn es euch gefallen hat lassen wir sehen uns bis zum nächsten mal und